Hallo liebe Hörerin, lieber Hörer. Einschlafen ist kinderleicht, wenn du weißt, wie. Es sind nur drei kleine Schritte, die dich in einen tiefen und erholsamen Schlaf bringen. Lass uns gleich den ersten Schritt gehen. Innere Ruhe finden. Stelle dir einmal vor, die Luft, die du einatmest, besteht aus Ruhe und Gelassenheit. Nimm einmal einen tiefen Atemzug und atme langsam wieder aus. Sehr gut. Du kannst dieser Luft auch eine Farbe geben. Welche Farbe bedeutet für dich pure Entspannung? Der ganze Raum ist mit dieser Farbe erfüllt. Es ist sehr angenehm, diese Luft in dir aufzunehmen. Fühle einmal, wie sich diese Ruhe in deinem Körper ausbreitet. Mit jedem Atemzug entspannt sich dein Körper mehr und mehr. Diese innere Ruhe wird immer mehr ein Teil von dir. Spüre rein, wie sie sich langsam, aber sicher in deinen Gedanken auswirkt. Kannst du es fühlen, wie sie sich mehr und mehr ausbreitet? Die innere Ruhe breitet sich an deinem Nacken aus. Langsam an deiner Kopfhaut entlang. Deine Stirn. Überall kannst du diese Entspannung wahrnehmen. Mit jedem Atemzug. Wie wäre es, wenn diese innere Ruhe, die du einatmest, sich langsam auch in deinem Unterbewusstsein ausbreitet? Weißt du, wie es sich anfühlt, barfuß im weichen Sand zu stehen? Wie der Sand leicht nachgibt, wenn du ihn berührst? Stelle dir einmal vor, du liegst ganz bequem an einem schönen Sandstrand. Der Sand ist wunderbar warm und du kannst dem leichten Rauschen der Wellen lauschen, die sich sanft am Strand ausrollen. Die Sonne erwärmt ganz angenehm deinen Körper. Schau einmal nach oben. Dort kannst du Wolken erkennen, die langsam vom Wind vorübergetragen werden. Die Wolken sind deine Gedanken. Wie viele sind da? Leichte oder schwere, dunkle oder helle Wolken. Hast du gewusst, dass mit jedem Ausatmen diese Wolken weitergetragen werden? Wie ein angenehm warmer Sommerwind, der den schönen und klaren Himmel zeigen möchte. Mit jedem Einatmen mehr und mehr Ruhe und Gelassenheit. Mit jedem Ausatmen trägst du diese Wolken weiter. Vielleicht lösen sich sogar ein paar schwere Wolken auf oder regnet sich über dem scheinbar unendlichen Meer leer. Nimm wahr, wie dich die Wellen unterstützen, zur Ruhe zu kommen. Jede Welle, die an deinen Strand ankommt, bringt dir etwas mehr innere Ruhe. Und wenn sie wieder zurück ins glasklare Meer fließt, nimmt sie all das mit, das dich vom Einschlafen abhält. Alles, das dich im Moment belastet und du nicht brauchst, kann mit den Wellen zurück ins Meer fließen. Der angenehm weiche Sand, auf dem du liegst, hat eine besondere Wirkung. Überall, wo er dich berührt, breitet sich mehr und mehr Leichtigkeit aus. in deinem Oberkörper, Schultern, Arme, Hände, bis in deine Finger, in deine Brust, deinen Bauch, Oberschenkel, über die Knie, in die Waden, Füße, bis in die Zehenspitzen. Wenn du möchtest, darfst du bereits einschlafen. Du kannst loslassen. Einatmen, Ruhe und Gelassenheit. Ausatmen, Gedanken loslassen. Erlaube dir, tiefer in dieses angenehme Gefühl zu sinken. Alles um dich herum wird, Gedanken los. Die Musik im Hintergrund hilft dir, dich mehr und mehr zu entspannen. Man sagt, Meeresluft hat eine ganz besondere Wirkung, die dem Körper gut tut. Mit jedem Atemzug nimmst du etwas dieser bemerkenswerter Luft in dir auf. Hat sie einen angenehmen und beruhigenden Duft? Vielleicht schläfst du schon. Lass dich von meiner Stimme und der Musik noch etwas leiten. Atme Ruhe und Gelassenheit ein. Atme alles, das du nicht brauchst, aus. Vielleicht hast du eine Emotion, die du loslassen möchtest. Oder Negatives, das dich belastet. Wo in deinem Körper befinden sich diese Dinge? Teile ihnen folgendes mit. Danke, dass du da bist, aber im Moment brauche ich dich nicht. Du kannst alles, was dich noch vom Einschlafen abhält, loslassen. Mit jeder Welle mehr und mehr. fühle rein in deinem Körper und spüre, wie du leichter wirst. Alles Belastende lässt du mit jedem Atemzug los. Du nimmst Du nimmst Leichtigkeit auf, wie ein Helium-Ballon, der langsam immer größer wird. Welche Farbe hat dein Ballon? Mit jedem Atemzug leichter und leichter. Fühle rein. Fühle rein. Je leichter du dich fühlst, umso tiefer schläfst du gleich ein. Wo in deinem Körper spürst du diese Leichtigkeit zuerst. Sicherheit umgibt dich. Es kann dir nichts passieren. Die Leichtigkeit breitet sich überall in deinem Körper aus. Von was möchtest du heute träumen? Von dem Sandstrand, an dem du dich befindest. Fang an zu träumen. Je mehr Leichtigkeit du einatmest, umso mehr kommst du in deinem Traum an. Freue dich auf diesen schönen Traum. Welche wunderbaren Gefühle möchtest du haben? Sicherheit? Liebe? Geborgenheit? Freiheit? Mit jeder Zahl, die ich sage, kommst du mehr in deinem Traum an. eins, mit jedem Atemzug mehr Leichtigkeit und Entspannung. Zwei, mit jedem Ausatmen loslassen. Drei, die Musik begleitet dich in deinem angenehmen Traum. Vier, spüre, wie du mit jedem Wort immer müde wirst. Fünf, die Müdigkeit breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Sechs, alles um dich herum wird noch schöner. Geborgenheit ist in deinem ganzen Körper. Sieben, schlaf ein. Was ist um dich herum? Hörst du die Musik im Hintergrund? Mit jedem Klang mehr und mehr ankommen. Freue dich gleich, voll und ganz in deinem Traum anzukommen. Nimm gleich, wenn ich es sage, einen tiefen Atemzug. Wenn du einatmest, wird dir dein Unterbewusstsein sofort eine schöne Farbe vor dein inneres Auge legen. Beim Ausatmen wirst du feststellen, dass dich diese Farbe ab sofort in deinem Traum begleitet. Sie hat eine beruhigende Wirkung auf dich. Atme jetzt tief ein und nimm die Farbe wahr. Atme aus und lass dich von dieser Farbe in deinen Traum begleiten. Wie fühlt sie sich an, wenn du sie berühren würdest? ist sie eher rau oder glatt? Weich oder hart? bewegt sie sich oder ist sie starr? Hat diese Farbe eine Form? vielleicht kannst du dich morgen früh noch daran erinnern? Schlaf jetzt ein gute Nacht. Die Musik wird dich noch etwas begleiten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020